wenn sie die nanotrader free plattform das erste mal öffnen dürfte die ansicht sehr ähnlich sein der die sie jetzt vor sich sehen die standard seite die wir mit ausliefern zeigt ihnen die hauptelemente der plattform die plattform besteht aus verschiedenen leisten sie haben wir um die hauptmenüleisten und sie haben hier die toolbar die toolbar ist besonders interessant hinsichtlich des punktes wenn es um das personalisieren des charts geht also sie verändern chart eigenschaften über zeichenelemente über den chart typ sie können ja einsohmen aussohmen oder auch über die chart aggregation oder letztlich auch über die hinzunahme von indikatoren da ist ihnen im chart keine sind keine grenzen gesetzt zu dem chart gehört rechts das sogenannte order pad das ihnen komfortable funktionen bietet sehr schnell und sehr einfach auf eine position einfluss zu nehmen oder eine order aufzunehmen wir sprechen hier auch von one click actions das sind entweder ja diese button die sie sehen oder auch über die deaktivierung von bestätigungen oder auch die hotkeys links vom chart sind in der standard auslieferung ist eine standard auslieferung eine kursliste angelegt in dieser kursliste haben wir eine auswahl getroffen von instrumenten die häufiger angefragt werden und gehandelt werden die inhalte dieser kursliste kann beliebig geändert werden also die instrumente die in dem portfolio zur verfügung stehen können sie hier hinzunehmen sie können die kurslisten thematisch strukturieren indizes forex aktien wie sie möchten und sie haben natürlich die möglichkeiten neben dem bit und as den sie hier sehen eine vielzahl anderer informationen zu den marktdaten hinzuzunehmen unterhalb des charts finden sie die kontoleiste zugemacht das kann das live konto sein das kann aber auch das paper konto sein das sehen sie hier oben nochmal das steht ihnen auch zur verfügung können auch beide mal öffnen diese konnten beide bieten ihnen die information über die aktuelle position das ist die erste lasche über die offenen order und auch über die abgeschlossenen order werden sie mit einem klick informiert dann können sie sich auch report dann anzeigen lassen was sie getan haben als letzte größeres element ist die seitenleiste zu nennen das was sie hier sehen ist hier eine seite unsere standard seite die abgeändert werden kann unter einem anderen namen gespeichert wird und beliebig verändert werden kann und sie können dann diese seiten können sie dann konfigurieren und dann hier unten in der seitenleiste hinzunehmen so dass sie da vielleicht auch eine thematische schneidung ihres handelns vornehmen auch hier möglich ist das auf ein instrument zu machen oder ob es vielleicht ein instrument wie den brennt oder gold oder sie machen es thematisch indizes rohstoffe aktien also da ist ihnen sind ihnen keine grenzen gesetzt diese einzelnen sechs elemente werden aber dann im folgenden in unseren handbüchern und auch in videos detaillierter beschrieben dies hier war es nur um einen einstieg zu kriegen in die hauptelemente der nanotrader free das order pad das order pad in der nanotrader plattform gibt ihnen die möglichkeit per einem einzigen mausklick einfluss auf die position oder die order zu nehmen auf der rechten seite eines charts finden sie immer das dazugehörige order pad im überblick sie haben ein depot zugeordnet was sie auch im chart wieder sehen sie sehen ihre aktuelle position den preis zu dem sie in position gegangen sind der aktuelle die aktuelle angabe zum gewinn oder verlust entweder in ticks oder monetär und sie sehen den letzt gehandelten wert für diesen kontrakt wenn sie jetzt in position gehen und auch das machen wir jetzt gerade mal über das order pad wir kaufen einen mini s&p zu markt sehen sie umgehend in dem order pad die veränderung der aktuellen position auf plus 1 sie sehen zu welchem preis sie eingestiegen sind das sehen sie auch hier im chart sie sehen den aktuellen profit loss und den letzt gehandelten wert den sie auch im chart sehen jetzt haben sie die möglichkeit mit einem klick beispielsweise die position zu erhöhen sie klicken auf diesen bei one zum markt und sie sehen das order ticket öffnet sich und sie klicken drauf und sie erhöhen die position um einen weiteren kontrakt des mini s&p sie können das mit der gleichen schaltfläche zur reduktion der position anwenden sie haben aber auch die möglichkeit mit plus 1 nochmal hinzuzukaufen oder mit minus 1 die position zu reduzieren immer sehen sie sofort das ergebnis im order pad darüber hinaus haben sie die möglichkeit mit dieser schaltfläche die position zu drehen das heißt im moment sind sie long mit zwei kontrakten wenn sie die position drehen müssen insgesamt vier short kontrakte zum markt aufgegeben werden damit sie anschließend die position auf minus 2 gedreht haben klicken wir mal hier drauf genau vier kontrakte von mini s&p werden verkauft damit sie anschließend hier minus 2 sind verdoppeln können sie das ganze über diesen button das heißt sie sind im moment zwei short mit weiteren zwei sind sie auf minus 4 wir drehen das ganze noch mal so dass sie jetzt wiederum long mit vier kontrakten sind sie haben die möglichkeit mit zwei weiteren buttons die position zu schließen und alle order zu canceln oder auch nur orders zu löschen hinaus zu hinaus zu nehmen heraus zu nehmen und dabei bliebe aber die position erhalten geben wir mal noch eine zu der position eine stopp order auf die wir hier zum markt sehen so das heißt im moment haben wir die aktuelle position von vier long kontrakten und einen stopp und jetzt klicken wir auf close und cancel in dem moment wird die position glatt gestellt und die dazugehörigen offenen orders werden gelöscht so ist es die position ist auf null und die order sind heraus all diese angaben sehen sie ja auch in der kontur leiste die aber zu einem späteren zeitpunkt noch mal eingehender besprochen wird im moment kontrollieren wir die position über das order pad jetzt haben sie gesehen dass sie mit einem klick das order ticket öffnen können aber wenn man von einem wirklichen ein klick aktion spricht dann möchten sie unter umständen gar kein bestätigungs fenster mehr erhalten wenn sie dieses bestätigungs fenster deaktivieren möchten dann tun sie dies im order pad über diese hand damit deaktivieren sie den dialog bei der erzeugung von orders das heißt mit jedem klick wenn wir jetzt auf ja klicken mit jedem klick wird sofort eine order ausgelöst machen wir es mal und kaufen zum markt sie haben kein bestätigungs fenster mehr erhalten die position ist auf eins sie erhöhen auf weitere plus eins zwei kontrakte drei kontrakte zwei kontrakte drehen also alle diese aktionen finden jetzt ohne weitere bestätigung statt das heißt sie können sehr sehr schnell und sehr sehr effizient einfluss nehmen auf ihre position müssen aber auch bedenken wenn sie diese hand deaktivieren beziehungsweise den dialog deaktivieren dann haben sie natürlich immer auch ein kleines risiko dass sie unter umständen schneller etwas kaufen oder verkaufen als sie es eigentlich beabsichtigt haben also bitte überlegen sie sich ob sie dieses bestätigungs fenster deaktivieren möchten aber grundsätzlich haben sie eine sehr sehr komfortable möglichkeit über dieses order pad wirklich mit einem mit einer aktion mit einem klick ihre positionen zu verändern wir stellen einfach mal in diesem moment die position glatt hotkeys hotkeys sind das thema dieses kurzvideos der plattform nano trader die hotkeys bieten den anwendern die es bevorzugen mit der tastatur zu arbeiten statt mit der maus auf sehr schnelle art und weise befehle an die plattform zu senden die definition der hotkeys erfolgt über das order pad und zwar ist es hier oben diese quer liegende kette klickt man mit der linken maustaste darauf öffnet sich der hotkey manager der hotkey manager bietet ihnen hier verschiedene themen mit denen sie die 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 hotkeys belegen können für uns ist natürlich interessant jetzt eine order über hotkeys zu definieren ich habe mal eine vordefinition getroffen und zwar für den kauf steuerung b für den verkauf steuerung s wie sell steuerung g wie klatschstellen oder auch steuerung d wie die position drehen es besteht also immer aus einer kombination ihrer tastatur ein daraus daraus wird ein befehl definiert wenn sie dies also können das ganz leicht man sie klicken einfach rein und definieren dann über die tastatur den befehl den sie gerne hätten anschließend klicken sie auf ok damit ist der hotkey auch schon definiert achten sie hier im order pad wie sich nun die das verhalten der aktuellen position sich entwickelt wenn ich jetzt steuerung b klicke öffnet sich wie definiert das order fenster für einen verkauf klicke ich steuerung s öffnet sich erwartungsgemäß das order ticket für den verkauf klicke ich auf steuerung d dann drehe ich die position bin ja aktuell long mit einer position also drehe ich mit zwei und mit steuerung g wie klatschstellen öffnet sich ein fenster in dem ich darüber informiert werden oder bestätigen soll dass die position klatt gestellt wird und die dazugehörigen orders gelöscht werden ja so einfach ist es mit den hotkeys zu arbeiten noch einfacher noch effizienter wird es wenn sie dazu die den bestätigungsdialog deaktivieren dann haben sie eine echte one click order mit der sie sofort eine order ohne bestätigung erzeugen es ist natürlich immer ein bisschen riskant weil man über die tastatur oder auch anderweitig wenn man die bestätigung ausschaltet natürlich birgt es immer etwas die gefahr dass man ungewollt oder etwas schneller in position gerät als man das vielleicht vor hatte aber ich demonstriere es nochmal also über die steuerung b wir haben den bestätigungsdialog deaktiviert steuerung b und wir sind long steuerung d wir sind minus eins und haben die position gedreht ohne dass ein eine bestätigung abgefragt wurde also es ist eine echte one click order mit der sie höchst effizient ihre positionen managen können nochmal also für diese schnelle order aufgabe eignet sich die hotkeys in verbindung mit der deaktivierung der bestätigung sehr sehr gut dieses kurzvideo zeigt ihnen wie sie einen chart öffnen mit der plattform nano trader es gibt schon in der hauptmenüleiste einen button chart öffnen sie klicken auf diesen button und damit öffnen sie ein neues fenster das sich wertpapier auswählen nennt das bedeutet dass sie hier entweder über eine suchfunktion den kontrakt finden können den sie suchen in dem fall wäre es jetzt der germany 30 und sie würden einen bereits erstellten chart wieder öffnen den sie dann weiter bearbeiten könnten oder sie hangeln sich in der struktur die thematisch aufgegliedert ist bis zu dem kontrakt den sie suchen kommen sie an die gleiche stelle öffnen das ganze dieser chart hat einen namen das ist einfach als default als standard chart mal angelegt worden in einer aggregation von fünf minuten so öffnen sie einen chart sie haben andere möglichkeiten einen chart zu öffnen aber über diesen button der sehr präsent ist geht das doch sehr sehr rasch das ist jetzt ein nackter chart so möchte ich mal sagen der jetzt angereichert wird mit individuellen eigenschaften diese eigenschaften können sich zusammensetzen aus dem chart typ gibt es eine eigene leiste die die vier chart typen anbietet das sich zusammensetzt aus der chart aggregation also zum einen die zeit einheit als auch die dauer über die die daten angezeigt werden also die historie hinzu kommt auch die besondere charts wie spannen also range oder renko charts die sie nutzen können bei den spannen charts haben sie sogar noch die auswahl zwischen absolut oder in prozent dann haben sie die möglichkeit diesen chart über indikatoren anzureichern in dem fall ist es noch mal eine besonderheit dass es sie die aus der kombination von indikatoren auch eine gesamtstimmung eine long oder eine bärische oder bullische stimmung ermitteln können die ihnen dann einen hinweis geben kann auf kauf und verkaufszonen die sie zum einstieg nutzen können darüber hinaus haben sie die werkzeug leiste von grafischen mitteln wie kreise quadrattexte pfeile bewegungsmesser als auch trendlinien kanal und horizontale linien dies alles steht ihnen zur verfügung um den chart auf ihren persönlichen wunsch hin zu gestalten das sind alles eigenschaften bezogen auf das charting und die technische analyse darüber hinaus gibt es dann auch noch einstellungen die sich konkret auf das trading beziehen das heißt die auswahl eines depots beispielsweise auch hier haben sie den button in dem sie sich das paper oder das numerische konto hinzunehmen in dem fall nehmen wir jetzt mal das numerische konto und schließen das paper und sie haben die möglichkeit einstellungen zu treffen im order pad in der kurs liste so dass sie ja alles rund um den chart den sie kreieren ihre persönlichen einstellungen festgelegt haben mit diesen persönlichen einstellungen verlassen sie dann den simplen chart und haben dann die möglichkeit den chart für ein objekt für ein kontrakt abzuspeichern dann handelt es sich um eine analyse oder sich beichern das komplette setup als initialanalyse ab und dann entspricht das eine analyse die jedem instrument zur verfügung steht dazu dann in den weiteren filmen später mehr und etwas detaillierter aber sie sollten an dieser stelle kennengelernt haben wie individualisieren sie ihren chart welche werkzeug leisten stehen ihnen zur verfügung welche mittel und die unterscheidung zwischen analyse und initialanalyse der rest wird in weiteren videos detailliert